Das macht den Fahrstuhl. Da eiern wir ja andauernd drauf rum. Da brauchen wir was zum rein stöpseln. Von wo wird denn der gezogen? Der wird... Kein Plan. Kai. Herzlich Willkommen zurück zu Pein. So, wir sind ja hier in dieser Höhle. Wir sind in Irrlichtern gefolgt und müssen jetzt hier ... Was machen? Erkundigen? Quatsch, nein. Ich untersuche. Nein. Nein. Suche nach Hinweisen auf den Irrpunkt. Nein, 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 nein. Ich weiß gar nicht. Ja, guck mal her. Ne, das ist jetzt schon ein Floppenwende. Ich sag's euch. Ich kress nachgebacken mit meinem Mikrofon hier. Gut. Irgendwie... Ich sollte mir vielleicht so ein Ansteckmikrofon... an die Klamotten bördeln, ne, damit ich, äh, äh, das nicht vergesse. So. Den Schnapper noch platt machen. Mal her. Ach. Ja, komm. Was zur Hölle machst du denn? Okay. Wartet. Ich muss erst mal wieder was... Äh, ne. Hier anheften, damit wir was zu essen haben. Lä, ne, 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 ne. Naunhaftes Gemüse. Einheften. So. So, dann wollen wir mal. Ja, komm. Sagen sie mal. Geht's eigentlich noch hier? Aua. So. Hast du nur davon. Spacken. So. So, jetzt haben wir das mal ein. Okay. Mit was für einer Gewalt, der da draufkloppt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wartet. Äh, ich muss mich erst mal orientieren. Was ist denn das da? Ist das das auch wieder so eine Drehplattform, nehm ich mal an, oder? Hier. Kommen wir nicht weiter. Definitely not. Okay, wir machen das erst mal an hier. Jetzt dachte ich einen Moment lang, das wäre so ein Galgen-Dings. Das machen wir mal an. Kloppen wir das mal. So. Wunderbar. Ja, hier kommen wir aber nicht weiter, oder? Kommen wir hier weiter? Oh, klar, hier geht's ja mal einen Weg runter. Dann machen wir mal hier, Luki, Luki. Komme ich ja ohne die Kisten da hoch, dann. Ach, die kann man bestimmt nicht kaputt machen. Es ist ja rissen, ne. Ah ja, das hat's ja jetzt auch gebracht. Okay. Oh, da geht's runter zum Wasser. Da ist ein Hebel. Was ist passiert? Ah, 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 ah. Okay, wartet mal, vielleicht bringen wir uns das ein Stück weiter. Vielleicht müssen wir dann wieder... Ich weiß es noch nicht so genau. Also hier bringt's uns noch keinen Fall weiter. Und hier? Nö, das ist wahrscheinlich auch gar nicht dazu gedacht, dass wir da rauskommen. Wenn wir da unten reinknallen. Machen wir mal das Licht an. Und mit Schwung und Schmackes. Nö, das funktioniert nicht so. Nö, das funktioniert nicht so. Mann. Da können wir doch rüber jetzt. Dann machen wir das auch mal. Das habe ich gar nicht gesehen. So. Und so. So, jetzt sind wir hier drüben. Juhu. Äh, ja. Und was machen wir jetzt hier? Äh, 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 okay. Wo ist das Truffschießgerät? Das ist da unten. Okay, da brauchen wir irgendwas zum Reinstöpseln. Gehen wir mal hier rein. Ähm, ich habe es doch eben irgendwo gesehen. Da. Aber ist das auch dafür? Yep. Das ist dafür. Nö. Ist doch nicht zu fassen, oder? Kommt nicht dann auf. Wie denn? Ist man jetzt hier wirklich so, äh, äh, gedingst und, und, hast du nicht gesehen, dass hier kein Weg nach... Gut, dann so. Ach, genau. Wir müssen jetzt wieder da rüber. Kuss, lauf mal. So. Quatsch. Quatsch mit Soße. Genau. Ach, das ist auch nochmal ein Ver... Nee, nee, da bin ich ja nicht hin. Moment, 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 Moment. Hä? Wie, wie, was? Äh, wo ist denn jetzt dieser andere Fahrstuhl, wo wir eben... Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt richtig ist, aber auch nur gut. Ja. Und den Hever. Da ist der andere Fahrstuhl. Dann kann ich den ja nicht sehen, wenn der unter der Decke... Bäh, unter der Decke hängt. So. Nochmal. So, sind wir jetzt heile drüben? So, ja. Das sind nochmal zwei Schaschanabba. Aber alle beide gleichzeitig. Äh, sicherlich nicht. Ich, äh... Ich hab das doch angeheftet. Was ist das nochmal, Böge? Nee, klar. Wir haben ja so arschklar, dass die uns jetzt ins Gehege kommen und ich keine Zeit hab zum Essen. Guckt euch das mal an jetzt hier. Okay, ich stell mich mal hier hin. Ich muss was essen. Scheiße. Die Dinger hab ich angeheftet. Nahhaft. Naja. Angeheftet. Wieso ist der das nicht? Also, na, hab das bei mir anders. Das ist echt. Nochmal. Nochmal. Ne, wir hatten den Bogen. Dann machen sie es eben so. Das ist mir nämlich zu gefährlich, wenn ich jetzt hier... Er ist tot. Wieso hat der jetzt was gegessen? Wieso hat der jetzt was gegessen? Habe ich ihm gar nicht gesagt? Da war noch einen. Da hingesterbselt. Da hingesterbselt. So ist es richtig. So, schnabberoberschenkel, schnabberantenne und alles weg. Äh, ja. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier rumlaufen. Okay. Ja, war klar. War so arschklar. Ne, Moment mal. Oh, wir sind ja noch hier oben. Oh, wir sind ja noch hier oben. Ähm. Hä? Hä? Und da kommen wir da nicht hin? Aber ne, das nützt uns ja sowieso nichts. Also, wieder außenrum. So, Hebel betätigen. Interagieren. Hallo? Noch mal bitte. Ich komme doch da... Äh, was? Ich komme doch da niemals drüber. Muss ich denn da überhaupt drüber? Okay, jetzt bin ich hier. Äh. Äh. Schön, dass ich hier bin. Und blä blä. Wie geht's weiter? Einfach mal. Oh. Cool. Ja, das ist aber auch nicht richtig, nehme ich mal an. Oh. Ja, jetzt ist er nicht gesprungen. Der Held des Dares. Meine Herren. Ne, wir müssen wieder außenrum. Du, 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 du. Ah, meine Mann. Ne. Ne. Oh, ne, was soll ich denn hier machen, Mensch. Ich habe keinen Plan. Okay. Schön. Dann dreht sich da alles. Da habe ich doch hier oben auch nichts davon. Ne. Okay. 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 wir laufen doch hier nur im kreis darüber geht es dann nicht mehr unten ist das auch nicht und was überhaupt soll ich hier machen interagieren kann ich jetzt auch nicht mehr weil ich da nicht mehr rankommen da komme ich sicherlich auch nicht mehr hoch nein ähm das nutzen aber nichts hier wenn ich das glaube ich ist so nicht richtig okay jetzt hängen wir hier ne das sind wir ja runtergegangen schaffe ich das so das war klar dass ich jetzt hänge ich hier zwischen den treppen der konnte sich da auch irgendwie docken na genau geht doch mal bitte das so und dann macht immer wieder hoch der jetzt immer wieder hier an diesem teil wo das ding da rein muss jetzt haben wir wieder hier ach so das ist nur für den fahrstuhl ok ne 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 und hier geht's wieder rauf immer wieder hier und wenn ich es richtig sehe müssen wir da drüben hin und wir brauchen was zum rindstöpseln aber wir haben ja nichts okay das schubst nur diese ganzen kisten hin und her weiß nicht ob das relevant ist ich habe keine ahnung aber ich denke mal schon ansonsten könnte man das ja gar nicht bewegen das macht den fahrstuhl da brauchen wir was zum rein stöpseln von wo wir denn der gezogen der wird ja aber hier kommen wir nicht weiter ja meine lieben das war eine sightseeing tour durch eine höhle der irrung und verwirrung keinen plan was hier los ist was ich hier machen muss ich mache mich da mal schlau denn hier als rumeiern und nichts zu berge bringen mag ich dann auch so auch nicht haben in dem sinne wenn es euch gefallen hat lasst mir leichter lassen den kommenter oder vielleicht auch ein abo in dem sinn